Hohoho! Willkommen zurück zu Shadowgate, Leute! Es geht weiter! Yay! Und ja, wir haben einen Goblin vor uns stehen. Um den müssen wir uns eisern kümmern, Leute. Und wir werden ihn besiegen oder wir werden abhauen. Eins vor beidem. Da das Vieh jetzt seine Waffe zieht, glaube ich, bleibt uns nichts anderes übrig. Ich habe aber gespeichert. Ich packe mal mein Schwert. Dann greifen wir mal an. Schneller als du erwartet hast, reagiert der Goblin auf deine Bewegung. Und greif mit seiner spitzen Keul an. Die Waffe dringt tief in dein Gehirn ein und beendet dein kurzes, aber abenteuerliches Leben. Das war... Du bist tot und du darfst es nochmal... Mach nochmal machen. Mach es nochmal. Komm. Also. Bevor der hier sappelt. Bevor der hier sappelt, ne? Was können wir denn mal machen? Ich meine, wenn er so schnell reagiert... Was sagt... Was sagt Jorik? Was sagt Jorik dann eigentlich dazu? Ziemlich hässlich, nicht wahr? Zieh ihm einen über den Schädel und lass uns gehen. Okay, dann nehmen wir mal unseren Hammer. Oh, das geht ja gar nicht. Weder Schwert noch Hammer. Was mach ich denn dann mal? Was mach ich denn nochmal? Was können wir denn machen? Jorik sagt, wir sollen ihm aufs Maul hauen. Der Goblin ist völlig überrascht, als der rechte Haken gegen seinen Kiefer tritt. Es gibt ein lautes Krachen und der Goblin geht zu Boden. Du sagst triumphierend, den hast du nicht kommen sehen, nicht wahr? Ich hatte ja auch nur zweimal gestorben. Aufs Maul! Ich sag's noch, warum mach ich's eigentlich nicht? Aber okay. Wir können auch wieder ein paar Fackeln mitnehmen. Die sollen wir ja angeblich auch nie ausgehen lassen. Aber da hab ich das Gefühl, als ob ich nur immer eine benutze. Können wir den durchsuchen? So ist den Goblin, der befindet, nicht brauchbar. Ist ne toll, okay. Hoffentlich steht der Sack nicht wieder auf. Da hab ich ja gar keine Lust. Weit über deinem Kopf posiert eine blaue Energie, die vielleicht etwas in der Burg antreibt. Hm. Ich geh mal hier nach links. Geh mal nach links. Du öffnest die Tür mit einem Ächzen. Diese Bibliothek muss tausende von antiken Folianten, Büchern und Manuskripten enthalten. Eine dicke Staubschicht bedeckt. Alles. Ein Buch. Und noch ein Buch. Und noch ein Buch. Ich nehm alles mit. Und Kerzen nehm ich auch mit. Und das schau ich mir mal an. Eine Karte aus irgendeinem hautähnlichen Materiell zeigt die Länder von Karl Thorlin. Hm. Oh. 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 Du spürst etwas Seltsames und schaust dir die Bücher aus diesen Regalen näher an. Eine Reihe von Regalen ist mit Büchern von unterschiedlicher Form, Größe und Farbe überhäuft. Das angehäufte Wissen an diesem Ort muss überwältigend sein. Und ich kann jetzt hier was, wenn du willst, eine Seite aus und fängst an zu lesen. Die Krieger des Zorns, benannt nach der Gottheit der Vergeltung, war eine Zeit, wo die Herrscher von Taragon sich mit den nördlichen Clans zusammengeschlossen haben. Sie wollten gegen die vereinten Clans des Dragon-Fell in den Krieg ziehen. Du unterdrückst ein Gen und legst das Buch zurück. Ja. Verständlich. Einerseits, noch ein paar erfolglose Minuten gibst du auf, weil du fürchterliche Kopfschmerzen bekommen hast. Mit der Sommersonnenwende von Mirekzad ausgesehen. Die sechs Gipfel der roten Berge der Darken Gebirgskette im Vordergrund mit den drei Bergen des bläulichen Dragon vergleichen. Da kommt der weiße Gipfel von Gatekeeper, während die Spitze von Azo Blablabla ist bekannt als der gezackte Regenbogen. Erzähl die Geschichte von Fassfestungsteep, Heimat von Clan Drunluk. Sippe des Bergfors, das muss leiden durch Verwüstung in vergangenen Tagen. Die Drakahan, die verdorbene Rasse durch dunkle Magie entstanden, kam und vernichtet. Du fängst an zu lesen mit der Sommerjahr-Kernwisch. Was soll ich denn jetzt hier alles machen? Muss ich jetzt ernsthaft das richtige Buch finden? Lupin hält inne und betratet die Attentäter. Als Dieb ist er auf heimliche Vorgehen spezialisiert. Der Kampf Mann gegen Mann ist für Vögel. Oh, hier kommt was mit Vögeln. Das ist vielleicht interessant. Mach mal größer hier. Du bist selber so ein Vogel. Mach mal größer. Du fängst an zu lesen. Lupin hält inne und betrachtet die Attentäter. Als Dieb ist er auf heimliche Vorgehen spezialisiert. Der Kampf Mann gegen Mann ist für Vögel. Als alles verloren scheint, springt Jigin aus dem Fenster und landet mit einer Drehung auf dem Boden und zuckt seine Keule. Hör mal, Junge. Ich glaube an dich. Also Kopf hoch und in Deckung gehen. Er zwinkert dir zu. Was ist mit Jorik eigentlich los? Wer hat den Seppel eigentlich zum Leben erweckt? So, ich, äh, ja, Kerze angucken. Ja, schön. Jetzt haben wir hier ein paar Bücher. Das ist doch vielleicht eher was für uns. Obwohl die... Ja, ich will das groß haben. Obwohl, dass du die Handschrift kaum lesen kannst, liest du weiter. Ich fühle mich geehrt, dass Fendril mich ausgewählt hat, die Arbeiten des Zirkels zu dokumentieren. Das neueste Mitglied ist ein junger und wissbegieriger Mann mit dem Namen Lackmür. Und er hat vor, die Ursprünge der Zeit zu studieren, obwohl seine Domäne noch entschieden wurde. Unser Oberhaupt hat erwähnt, dass Lackmür nicht aus seiner Linie stammt und deshalb nicht zum Anführer des Zirkels ausgebildet werden kann. Das neue Mitglied wurde durch eine... eine... unkonventionelle Wahrsagung von Thülo Mür ausgewählt. Ich traue ihm nicht. Er hat Ambitionen, die die Mitglieder des Zirkels nicht gutheißen. Das Buch klebt ein wenig, bevor es sich öffnet. Nicht schön. Jorik, sagst du dazu was? Jorik? Nein. Jetzt haben wir hier stehen. Das Buch öffnet sich mit einem Knistern. Du überfliegst das Buch und bemerkst, dass die Seite leer ist. Wie war das nochmal? Beurteile dein Buch nicht nach seinem Umschlag. Toll, ein leeres Buch. Und das hier? Dieses Buch ist in weißes Leder gebunden und mit einem Metallstreifen gesichert. Der Name Ula Ruah ist auf dem Buchrücken zu lesen. Vielleicht ist das was zum Aufzaubern? Kann man das überhaupt? Dinge zaubern auf sowas? Benutzt ihr dies auf was? Okay. Ne, also das geht nicht. Ich mache es aber nochmal mit dem letzten auch nochmal. Dann haben wir auch da alle ausprobiert. Ich will das aber aufkriegen. Jorik, sag mal was dazu. Irgendwo in dieser Ansammlung von Wissen gibt es ein Heilmittel für deine Krankheit. Die Magier haben hier mehr als nur Bücher gelagert. Durchsuche den Raum. Oh. Ja stimmt, wir sind ja noch krank. Habe ich ganz vergessen. Stimmt. Du setzt dich hin und machst einen großen Säufzer. Was ist mit dem Kult? Ah, du öffnest die Schublade im Schreibtisch und findest eine Flasche mit einer bunten Flüssigkeit. Du legst die Flasche in deinen Rucksack. Ich will wissen, was da jetzt drin ist. Ist das unser Heilmittel? Die Flasche ist mit einer violetten Flüssigkeit gefüllt, die magisch glüht. Die nehmen wir mal. Du öffnest die Flasche und trinkst die viskose Flüssigkeit. Dein Körper fängt sofort an, stark zu zittern. Aber das geht schnell vorbei. Als du wieder bei Sinn bist, wird dir klar, dass es dir viel besser geht. Hey, wir sind wieder voll gesund und so. Voll toll. Ist da noch was? Nein. Okay. Danke, Jorik. Das ist sicher nützlich gemacht. Ein Gefühl von Ruhe und Frieden erfüllt dich, während du dich auf das gelbe Leuchten konzentrierst. Als du das Bücherregal untersuchst, bemerkst du einen Lufthoch, der von hinter dem Regal kommt. Aha. Du kennst einige Gelehrte, die alles dafür geben würden, um nur einige Momente mit den Büchern auf diesen Regalen zu verbringen. Ja, das glaube ich. Der Tisch ist zu groß. Da mache ich einen Seufzer. Ich setze mich mal überall hin. Der Stuhl quietscht gefährlich unter deinem Gewicht. Du stehst schnell wieder auf. Okay. Du setzt dich hin, machst einen großen Seufzer. Komm schon, Junge. Du kannst dich ausruhen, wenn du tot bist. So wie ich. Ah, Jorik. Alter, shame. Dies ist die Bibliothek. Es würde mich nicht wundern, wenn die Bücherregale mehr sind, als sie zu sein scheinen. Wenn ich du wäre, würde ich hingehen und mal einen Blick drauf werfen. Ja. Kann man ja nur da hingehen. Also irgendwas muss hier noch sein. Aber wir haben schon so viel gelesen jetzt. Dies ist eine kurze Strophe von Elens letztem Stand, einem bekannten Gedicht. Bevor Elren konnte alles vernichten. Sie kniet nieder im Sumpf aus Hass, erbittet an alle, die kommen danach, dass tote Elren nur Gelächter bezahlt. Dir fällt ein, dass du dieses Gedicht noch nie leiden konntest. Vielleicht ist eines der Bücher so ein Schalter. Sonnen, ihr wisst schon. Und dann geht was auf. Alle Seiten zeigen das Gleiche. Alle haben Zeichnungen von Katzen und darunter aufmunternde Sprüche. Katzen. Warum ausgerechnet Katzen, sagt Jorik? Nicht wirklich überzeugend. Was war der denn gegen Katzen? Erzählung, von denen sich der Zirkel der Zwölf nennt. Kutigar, der Erste und Mächtigste, folgte den Omen des Himmels und errichtete eine Domäne im Herzen des Gatekeepers Gebirge, um den Weg zu versperren. Für immer wachsam und mit großer Macht gesegnet. Hildur, der Zwüte, Wahrsager und gequält von dem Wissen über die Zukunft. Ich möchte jetzt Tanze im Dunkel der Nacht, singe Morgenrot. Die magischen Runen sind in Gold geschrieben, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Entschuldigung. Die Arme des Atlas kalten den Himmel über der Erde und eine Glocke läutet für den König, der mit den Ältesten der sanften Rasse zu Rat sitzt. Das ist aber auch alles förmlich geschrieben. Eine Reihe von Regalen. Größe Farbe. Guck mal, nimm doch mal eins mit den Runen hier. Es gibt ja hier welche, die haben auch was drauf. Vielleicht sagen einem die Sachen auch, wo man ein Buch findet. Das wäre natürlich sehr kompliziert, aber Fengst in der Mitte der Seite an Jack überredete, dass Einhorn aus seinem Versteck zu kommen und vertraute, dass Prinzessin Lily ihr Wort halten würde und die magische Kreatur nur aus der Ferne betrachten würde. Aber Lily in einem Moment der Schwäche trat aus dem Schatten und ging auf das majestätische Tier zu. In diesem Moment sprang Blix aus dem Busch und feuerte einen tödlichen Verhalt auf das Einhorn. Hey, das kenne ich aus der Geschichte Legende. Ja, da gibt es einen Film dazu. Legende heißt die Geschichte. Ein Einhornfilm. Deswegen kenne ich es auch. So, wo, ähm, ist denn jetzt hier das magische Bruch? Alvin berührte den toten Hund. Ein blauer Funke entstand zwischen ihnen. Das Tier begann zu zittern, öffnete seine Augen und leckte Alvins Gesicht. Es tat ihm leid, dass er nicht seine gebrochenen Rücken heilen konnte. Den der Hund bewegte sich mit einem zuckenden Hingen, der ihm wirklich leid tat. Weil du fürchterliche Kopfschmerzen bekommen hast. Oh Mann, no. Wo ist denn jetzt? Ulrik, hilf doch mal. Die Magier waren immer so unordentlich. Es ist wirklich so schwer, alles wieder an seinen Platz zurückzustellen. Obwohl, ich muss zugeben, es ist schon ein außergewöhnliches Buch. Ach so, vielleicht sollen wir einfach unser Buch da wieder reinstellen. Was wir nicht aufmachen konnten. Hier, zum Beispiel. Es ist nichts passiert. Dann vielleicht die andere Lücke. Zwei haben wir noch. Also, eine noch. Haha. Mit einem lauten Klick rutscht das Buch in die Öffnung so, als ob es dafür gemacht wurde. Ihr witz wahrscheinlich auch. Das Buch kommt einige Zentimeter hervor und stoppt dann mit einem Klick. Es folgt ein tiefes Grollen und das Bücherregal zur rechten wackelt ein wenig. Tritt zurück und schaust zu, während das Bücherregal zur Seite gleitet, einen Durchgang in einem angrenzenden Raum freigibt. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, wir müssen das Buch aufmachen. Aber dann nicht. Hauptsache wir kommen weiter, freue ich mich. Wenn du raten müsstest, würdest du sagen, dass es sich bei diesem Geheimraum um das private Studierzimmer eines Magiers handelt. Mehrere Feuergruben befinden sich im Boden. Und wieder so eine Fülle. Also, die Dinger sind doch verzaubert. Da muss man was machen können. Fixierst die Symbole mit deinem Geist und versuchst ihnen Energie zu entziehen. Das einzige, was du bekommst, sind Kopfschmerzen. Es sind mehrere Symbole. In Holz geschnitzt. Das kann man benutzen. Stapel versteinerte Holzscheite. Tisch ist zu groß. Regen schlägt gegen das Fenster und bildet einen leichten Nebel. Sieht so aus, wenn da gar keine Glasscheiten... Wieso sind da überhaupt... Was? Wart mal. Die wirbelnden Wolken geben dir ein ungutes Gefühl. Fast als wäre der Sturm ein bösartiges Wesen. Stand da nicht der Ring gegen das Fenster oder gegen die Mauer? Egal. Du kannst den Wind und Donner von außerhalb des Fensters hören. Schwache Flammen brennen am Grund der Feuergrube. Auf diesem Messingglobes sind die Umrisse der Welt eingraviert. Die Handwerkskunst ist beeindruckend. Okay, jetzt wollen wir mal wieder zaubern. Ich nehme mal Invokan. Und werde das auch nochmal auf den Boden machen. Visualisierst die Rune in deinen Geist und bindest deinen Willen. Als Zertruck zu groß lehnst du den Zauberspruch. Nee, das hat nicht die gebracht. Agab vielleicht? Nee. Auch nicht and race. Okay, das funktioniert alles nicht. Können wir... Was mit den Holzscheiten hier irgendwie machen? Ich habe das Gefühl, ja. Das ist ein erbärmliches Feuer. Benutze die Holzscheite mit dem Feuer, um die Flammen anzufachen. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber wie kriege ich die, dann kann ich die einfach nehmen? Oder kann ich die selber zerhacken? Oder... Das wäre wohl nicht. Können wir das wieder entdingsen? Also, dass man das löst? Nein, unser Enterhacken soll bestehen bleiben anscheinend. Okay. Dann, ähm... Muss ich überlegen. Diese Bindel irgendwie und das damit zusammenbinden? Blinkt der hier? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die nehmen soll, oder die, oder ich weiß auch nicht. Versuch's nochmal mit Zaubersprüchen. Ich probiere mal einfach alles so ein bisschen hier aus. Ja, also... Ja, Holzscheite. Wie kriege ich die da rein? Jorik. Ich bin natürlich nicht aufgeschmissen. Das ist eine Bärmliche. Vorher benutze ich die Holzscheite. Benutze. Ja. Würde ich? Wie? Benutze dies auf was? Ach, kann die da... Oh, manchmal denke ich auch zu kompliziert. Und ich will sie die ganze Zeit nehmen. Du rollst den Holzscheit in die Grube. Die Flammen springen sofort in die Luft, so als ob sie verzaubert wären. Mit einem krachenden Geräusch erscheint der Feuerelementar im Raum und fliegt spielerisch um das verzauberte Feuer. Oh, das ist ja schön. Dann können wir hier auch nochmal Feuern machen. Und da auch. Feuer! Jetzt haben wir ordentlich Feuer. Das Feuer, das in der Grube brennt, ist nicht nur extrem heiß, sondern hat auch etwas Übernatürliches an sich. Ja, anscheinend brauchen wir unseren Feuerelementar neben Rune. Ne, das geht ja nicht. Wir müssen, glaube ich, zurück und den jetzt einfangen. Müssen wir jetzt echt den ganzen Weg zurückgehen? Das ist voll weit immer. Ich will eine Abkürzung. Der hat Wasser. Es ist ja... Es ist ja die Frage, ne? Ob wir... So, ich geh mal hier durch. Ja, ja. Das ist ja so wichtig, der Tags. Och, komm, Leute. Immer diese Kacke hier mit dem Tags nochmal. Machst du raus? Nochmal raus. Nochmal raus. Der ist doch da am Arsch der Heide hier, der blöde Zauberball. Also, dass es keinen schnelleren Weg gibt, ist schon ein bisschen ätzend. Oh, nee. War das richtig? Ich muss ja einfach mal legen. Ich bin ja auch so doof, ne? Ich hab doch die Kugel bei mir. Aber... Ich werde jetzt trotzdem das mal hier benutzen. Und zwar... Wo muss ich denn dafür nochmal hin? War das hier? Nee. Ich will nämlich nochmal das Wasser holen. Das macht nämlich... Ich will nämlich wissen, ob man die Wasserruhne jetzt... Also, den Wasserzauberball-Kugel da auf die Wasserruhne benutzen kann, weil da so Wellen drauf sind. Und ob das funktioniert. Und dafür wäre ich eh nochmal zurückgekommen. Jetzt muss ich nur nochmal eben diesen Wasserraum finden. Der war hier, ne? Genau. Und wenn das nicht klappt, dann weiß ich es wenigstens. Ja, bla bla. So. Da ist doch die Kugel. So, nimm das mal mit. Super. Wir hatten zwar schon Wasser bei uns, aber es ist ja weggegangen. Ist ja weggegangen in dem Moment, wo wir den Drachen besiegt haben. Ne? So, wo komme ich jetzt eigentlich her? Wo soll ich eigentlich hin? Bla bla bla. Ja. Ja. Ja, okay. Da greift ich mich auch noch wieder an, der Arsch. Da hinten. Ich muss ja wieder durch den Gang jetzt. Hier oben. Ein riesenweiter Weg. Ja, bla bla. So. Ja, bla bla. Voll heiß hier drin und so. So. Die meinte ich jetzt hier. So, wenn ich das jetzt hier benutze. Da ist ja jetzt Wasser drauf. Das Wasser elementar verbreitet ein dich neben, nur als dass der Kugel entkommt und verschwindet vor deinen Augen. Lass uns über Lack mir reden. Hat er dir gesagt, wo du ihn finden kannst? Denn ich weiß echt nicht, wo wir sind. Witzelt Jorik. Also das hat nicht. Ich habe jetzt echt gedacht, weil sie verzaubert ist, dass das geht. Dann möchte ich mal wissen, ob ich hier einen Zauberspruch drauf machen kann. Denn bei dieser anderen Leiche waren ja auch diese Ruhm. Mit Feuer und mhm. Also so elementarmäßig. Deswegen kapiere ich nicht, dass das jetzt nicht geklappt hat. Nee, das geht nicht. Gut, dann gehen wir mal. Und fangen das Feuer ein. Geh mal da hin. Mann. Geh da hin. Bin ein bisschen ungeduldig. Ich weiß. Aber ich finde, dass wir schon lange genug oft genug rumgehangen haben und nicht weiter wussten. Ach ja, durch die Tür kann ich ja auch noch. Stimmt. Von daher ist das auch mal ganz schön. Irgendwas mit Ratten. Hier ein Wesen, das aus Feuer und Gas besteht, fliegt voller Taten dran bis zum Raum. Was war hier mit Ratten? Achso, wenn du raten müsstest, würdest du sagen, dass es sich bei diesem geheimen Raum um das private Studierzimmer eines Magiers handelt. Mehrere Feuerkugeln finden. Ja, okay. Gut, kleines Feuerding. Dann wollen wir dich mal einfangen. Die silberne Kugel in den Händen halten, näherst du dich dem Feuerelementar. Nach einem kurzen Kampf saugt das Artefakt das Wesen in seinem Inneres. Die Oberfläche der Kugel wird sehr heiß. Ja, tschüss, Sikorski. Und jetzt fackeln wir alles ab. Ich weiß nicht, ob der Gedanke doof ist, den Feuerdrachen, den anderen, damit besiegen zu können, mit viel mehr Feuerkraft, die wir haben. Aber ich gehe mal erstmal hier durch den anderen Korridor. Dieser große Saal wird von einem Buntglasfenster dominiert, das bis zur Gewölbdecke geht. Und hier ist noch ein... Bitte lass es mal wieder ein Zauberspruch sein. Ich bin mal wieder ein Zauberspruch bekommen. Du liest die hastig geschriebene Notiz. Fundrill, ich habe eine Schwachstelle in unserer Verteidigung entdeckt. Da wir alle das Zeichen besitzen, muss man nur unsere Köpfe von unseren Schultern entfernen. Dann kann man unsere Überreste für den geheimen Ansatz verwenden und die Verteidigung aktivieren. Und jeder, der dies weiß, kann sich dann ungehindert in der Burg bewegen. Man muss nur im Inneren der Maun sein, damit dies funktioniert. Als Unterschrift stehen drei Wellenlinien. Das möchte ich nochmal lesen. Da wir alle das Zeichen besitzen, muss man nur unsere Köpfe von unseren Schultern entfernen. Dann kann man unsere Überreste für den geheimen Ansatz verwenden und die Verteidigung aktivieren. Jeder, die es sehr... Also es muss doch was mit diesen Köpfen zu tun haben, die man dann über die Tür hängt oder so. Könnte ich mir vorstellen. Was ist hier? Du bist nicht in der Position, um dich auf den Stuhl zu setzen. Oder genau gesagt, der Stuhl ist nicht in der Position, um sich auf ihn zu setzen. Das ist ja wirklich lustig. Was ist hier oben? Eine Göttlichkeit. Ein beeindruckendes Fenster befindet sich auf der anderen Seite der Halle. Auf dem Bundglasfenster sind in Roben gekleidete Figuren abgebildet, die alle nach einer Art feuerstummen Himmel greifen. Ein unheimliches Glühen hebt die Handlung in der Szene vor und wirkt fast lebendig. Kann man hier rein? Ramponiert, fast so, als ob jemand versucht hat, sie aufzubringen. Die Tür ist verschlossen. Tisch ist zu groß, um ihn zu bewegen. Du öffnest die Tür, dann gehen wir da mal rein. In den rechten Turm. Ich gehe in den rechten Turm. Gucken, was wir finden. Fackeln, fackeln, fackeln. Große Stein scheint von der Decke gefallen zu sein. Er ist aber zu schwer. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter. Okay. Du ziehst und zerhst an der Tür, aber es sieht so aus, als wäre sie von der anderen Seite verriegelt. Können wir hier? Nee, auch nix. Können wir hier nicht weiter? Doch, können wir. Oh, Spanien! Der kalte Nebel kommt die Treppe runter und geht vorbei an den blanken Wänden des Turms. Können wir hier mit jemandem sprechen? Tricks oder Tricks. Süßes oder saures, sagst du so laut. Du kannst eine leise Stimme, in der der Tür antwortet, verzweifelt. Du könntest zumindest versuchen, dich zu verkleiden. Oh, das sieht doch aus wie ein Kürbis. Als du versuchst, die verschlossene Tür zu öffnen, hörst du ein gedämpftes Lachen aus dem Raum auf der anderen Seite. Hey, vielleicht können wir ja mit unseren Gegenständen dann hier was machen. Die Kürbis. Da nichts passiert? Okay. Das ist ja interessant. Hier haben wir so eine Kürbistür. Das hat doch bestimmt was mit unseren Sachen zu tun. Dann hier. Die Treppe hört plötzlich an einer Wand auf. Es gibt eine Menge Wände in dieser Burg. Was ist das? Der aufwendig geflochtene Wandteppich zeigt die epische Figur eines Helden, der sich auf den Kampf vorbereitet. Und hier ist mal eine offen. Und hier nehmen wir mal die Fakten mit. Und wir gehen mal rein. Dieser Raum beinhaltet ein massives Teleskop und eine Menge Krimskrams für die Sternenguckerei. Und ein Buch. Und was ist das? Eine Sternkarte ist an der Wand befestigt. Du erkennst einige Konstellationen. Der strömende Kelch der Erlösung und das zerbrochene Schwert der Eroberung. Und was ist das? Wie ein Finger, der auf den Mond zeigt, ist das eiserne Teleskop auf den klaren Himmel gerichtet. Hoffentlich verpasst du nichts von den himmlischen Gefilden. Oha. Du öffnest die Schubladen vom Tisch und findest ein altes Buch, das du mitnimmst und deinen Rucksack packst. Haben wir hier auch noch was? Nö, da ist nichts. Aber da haben wir was gefunden. Kann man hier noch was machen? Du gehst näher und schaust durch das Teleskop. Ui. Die Magier und die Hellseer nennen diesen funkelnden Stern den Wächter oder das allsehende Auge. Da müssen wir uns bestimmt irgendwie Konstellationen vielleicht merken oder so. Jorik, was sagst du dazu? Die Magier haben ständig die Sterne studiert. Sie haben oft die Anordnung der Konstellationen, ihren Zaubersprüchen und Mechanismen benutzt. Du bist ja ein ganz schlauer Jorik. So, dann gehen wir wieder. Bücher gucke ich mir gleich an. Können wir nicht? Siehe zu. Das aschfarbene Holz ist typisch für den Ironwürmbaum. Die Tür ist verschlossen. Können wir das abfackeln? Nein, eine Explosion aus Flammen entkommt das Feuerelementar aus der Kugel. Der weißene Geruch von Schwefel breitet sich aus, während er nach Aufforger verschwindet. Hat aber anscheinend nicht viel gebracht. Aber irgendwas können wir bestimmt noch anbrennen. Hm. Kann man das Ding irgendwie verschieben? Weil da sieht so aus, könnte man mit dem Wandteppich noch was machen. Und die Kürbistür. Die Kürbistür ist ja auch interessant. Hm. Die ist von der anderen Seite verriegelt. Bestimmt können wir die dann auch noch aufmachen von der anderen Seite wieder. So, dann gehen wir mal nach links, würde ich sagen. So geht nicht. Verschlossen. Und hier? Da können wir durch. So, in diesem Korridor scheint es zu einem heftigen Kampf gekommen zu sein. Und wir können nach links und wir nehmen die Fackeln mit. Was ist da? Die andere Seite des Kultes ist eingestürzt und blockiert dein Weiterkommen. Nö, wir gehen mal nach links. Oh ja, wo sind wir hier? Die Befestigungen der Burg bieten eine undurchdringliche Wand gegen den unerbitterlichen Sturm. Verbeugst dich vor dem ikonenhaften Abbild und zollst dem Wesen vertrauen deinen Respekt. Auf der Basis mit der Tafel vertrauen und triumphiert steht eine engelsgleiche Mammostatue, die ihre Arme den Himmel streckt. Eine leere Vertiefung befindet sich in den ausgestreckten Armen. Was sollen wir denn da rein tun? Hm. Vielleicht sollen wir da unsere Zauberkugel oder so, aber die ist jetzt gerade ohne Feuer. Ist ein bisschen doof. Wenn wir hier runter gehen, wo kommen wir dann hin? Huch. Du rutschst beinahe auf den nassen Stufen aus. Die Befestigungen der Burg enden an der Kante einer tiefen Schlucht mit einem Aussichtsturm. Und hier haben wir wieder so einen Rubelisten. Der Stein der Rubelisten ist mit seltsamen Ruhen verziert und ein leises Summen kommt aus seinem Inneren. Dies sagt dir, dass der Stein mit einer magischen Beschwörung aktiviert werden kann. Wollen wir mal probieren, ne? Kennen wir ja schon. And Trace. Können wir sie schon langsam. Nein. Und dann der Agave. Nein. Invokan. Der hat bisher am besten geklappt. Und das klappt. Das Abbild von Lacken erscheint aus dem Mobilisten. Das Abbild von Talimau. Listen carefully to my words, boy. There were many who followed the path of the One. Worthy were they, and I counted them as brothers and sisters. Ich bin jetzt nur ich, er, der, der Timeless ist. Ich habe den guten Kampf, die vielen von Talimar zurückgebracht werden. Und obwohl mein Macht ist außerhalb der Mordel-Mann, ist es nicht ohne Grenzen. Aber warum bin ich vor dir so? Bin ich ein Geist? Nein. Wahrscheinlich bin ich mehr als das. Das ist nichts, sondern eine Projekte. Als mein Leben hat eine Schutz in meiner Taube. Es ist hier, dass ich meine Studierungen weiterführen, um dich in welche Weise ich kann. Ich fühle mich an, aber ich weiß das. Ich habe eine große Macht auf der Grunde dieser Kastel gesehen. Diese Macht, der Warlock-Lord schützt über alles. Aber er hat auch Angst. Ich bin ein Hebel aus den Angelegenheiten. Oder so sagt Gabriel, die Bard. Gerne dich gegen das zu kommen, einfachen Soldat. Und nicht zuerst mich. Stray not. Follow the ways of the circle. Stray not from its path. Ich glaube, wir haben hier auch gerade genug gefunden und genug gehört. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Wochenende wieder bei Shadowgate, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir doch Kommentare, Daumen hoch, irgendwas Tolles, Schönes, damit ich weiß, ich mache es hier nicht ganz umsonst und ihr seid mit dabei. Und ja, mal gucken, was wir dann erstens eingesammelt haben. Noch haben wir es nicht angeschaut. Und zweitens, ja, mal gucken, wie das Ganze hier noch enden wird. Auf jeden Fall werden wir alles tun, um der Held dieser Geschichte zu sein. Bis dann.